Ja, du erkennst hier nun, dass ich in einer App drinnen bin, die ich da geöffnet habe, um dir eine Funktion zu zeigen, hinsichtlich, dass hier die besonderen Angebote zur Verfügung stehen und das besagt, dass eine Frühaufstehruhe, die wird da in wenigen Sekunden freigeschaltet und darunter die Nachtäulenruhe, die wird dann ebenso einfach zeitlich versetzt freigeschaltet, um dann auf diese Lektionen zugreifen zu können und sie dann zu nutzen zu können. Also das ist das, was diese eine App als zusätzliche Funktion, nebst dem Lernen, noch zur Verfügung stellt, um dann hier von diesen besonderen Angeboten profitieren zu können. Und nun habe ich diese hier, könnte sie jetzt auch abholen. Das werde ich nachdem ich diese Aufnahmen hier getätigt habe, auch gleich tun, um dann die andere Öle zwischen 18 und 24 Uhr auch wiederum zu entsperren. Also um eine Art neue Sprache zu lernen zu können, ist wie eine Sportart. Nun gehe ich da jetzt zurück, weil es geht hierbei tatsächlich um die Sache mit dem, das ich jetzt dir hier zeige, bezüglich, und das ist da, um, da bin ich im richtigen Ort, genau, von Wuwi, wo die Möglichkeit besteht, natürlich mit deren Funktionalität das zu nutzen. Ich werde mich da jetzt auch einloggen. Und dann erkennst du hier, dass ich da nun diese eine Aufgabe habe, um diese auch zu führen, die Sicherheitsprüfung, das werde ich dann noch tun. Und hier ist die entsprechende, ja, Daten. Und hier geht es dann darum, im Bereich von einer Auszahlung anzufordern, dass ich dir das zeigen kann, und zwar jeweils zum 15. des Folgemonats, so wie es hier steht. Vorausgesetzt, die 5 Euro sind mindestens hier im Betrag, wo du jetzt erkennen kannst, auch verfügbar. Das ist hier somit zutreffend, sogar noch etwas mehr als diese mindestens 5 Euro. Und die letzte Auszahlung, die ich da getätigt habe, am 15. Und diese sollte auch diesen Status hier, ja, erst vor wenigen Augenblicken war es soweit, da dieser Status sich gernet hat. Und somit sind die Voraussetzungen perfekt, um da eine weitere Auszahlung anzufordern zu können, auszuführen. Und das werde ich jetzt auch gleich tun, indem ich da drauf drehe und hier diese Auszahlung angefordert habe. Und ja, bei der nächsten Abrechnung wird das dann im System entsprechend auch gut geschrieben. Also der Status ist wiederum 0. Und hier kommt auch gerade eine Mitteilung bezüglich einer anderen Sprachapp, das kann sehr passend dazu. Hier jetzt wiederum zurückgestellt, Auszahlung angefordert, hier die Historie zu sehen. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt, also das ist der Status, ausstehend. Und so sollte dann müsste es sein, damit ich dann, ja, im nächsten Auszahlungszyklus des 15 Tagen, äh, zum 15. Das sind dann in 30 Tagen tätigen kann. Und ja, jetzt zeigst du hier, das ist hier der erste von diesem neuen Jahr, also am 16. und ja, jetzt einfach ein Jahr zurück, damit du hier siehst, dass ich da 12., 11., 10., den 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., und den 1. 6. Also, das war von einem Jahr, die Uhrzeit war etwas später, und ja, der Betrag war auch ein anderer. Und jetzt, ja, jetzt einfach konstant, ähm, diese hier zu sehen zu können, dass das tatsächlich hier soweit funktioniert, bis zum heutigen Tag. Ja, so sollte es sein, oder natürlich noch besser, weil diese Möglichkeit besteht, durchaus, hier noch mehr zu verdienen. Vorausgesetzt natürlich, dass jeweils hier diese Aufgaben, die hier verfügbar sind, auch abzuschließen, auszuführen. Und ja, jetzt einfach mal zu sehen, wann ich hier diese Aufgaben abgeschlossen habe. Hier ist auch sehr schön, wir sehen die, ja, folgenden, zu welchem Uhrzeit ich das gemacht habe. Also, ähm, das sind jetzt hier diese vom 16., also vom heutigen, und das fängt hier also fortlaufend. Und hier auch die entsprechende Provisionshöhen, die hier mir dann, ja, bei der Ausführung der Aufgabe gut geschrieben worden waren. Und das führte zu dieser Ausführung. Nun, nebst dieser entsprechenden, gibt es auch die Möglichkeit, noch zusätzlich pro ausgeführte Auszahlung, die da getätigt wird, auch noch bei diesen Aufgaben, gibt es diese sogenannten Gewinnspiele, Lose, und die, ja, haben die Möglichkeit, dass da in einem Topf auch gezogen werden können, gemäß dieser Beschreibungskriterien, die hier aufgeführt sind. Wenn ich hier entsprechend drauf gehen, und ja, das sind hier, wenn man dann etwas mehr als 11.000, kann ich da ziehen, und das ist einfach ein zusätzlicher Anreiz, das einfach zu tun, um davon zu profitieren zu können. Genau, also ich kann da jetzt noch weitere holen, um, ja, tatsächlich habe ich das schon einmal bekommen gehabt, allerdings, ja, einfach einmal, ähm, ja, es ist hier noch 2002, und das wäre dieses hier, und dann ist das auch schon wieder vorbei, und kann hier genutzt werden. Also, das ist der Ablauf, genau. Und du kannst natürlich jetzt tatsächlich auch davon profitieren, um das hier zu nutzen zu können, in dem es da tatsächlich auch der Speck gibt, das ist hier, und, ähm, ja, gibt es Werbemittel, und hier gibt es mit Hilfe von diesem Promo-Link, der befindet sich jetzt, ähm, unterhalb von diesem Medium, das dann, das auch nutzen kannst, und hier gibt es dann, sofern du es regenmäßig nutzt, jeden Tag im Idealfall, dann bei der ersten Auszahlung von diesen 5 Euro, dann für mich als Belohnung 2 Euro Bonus dazu. Also, diese Option ist hier verfügbar, um das zu nutzen zu können, in diesem Sinne, ja, wahr ist das, um dir das gezeigt zu haben, es geht es natürlich weiter mit dem Lernen, und das dann auch noch im nächsten Monat, gibt es entsprechende unterschiedliche Aufgaben, die da gemacht werden müssen und sollten, damit das Ganze dann auch entsprechend hier funktioniert. Der Kontostand ist jetzt wieder bei 0, respektiv sogar im Minus, und, ja, da braucht es da die Umsetzung der Aufgaben, um das dann auch im nächsten Monat wieder tun zu können, und das werde ich dir dann entsprechend auch hier so zeigen. Jetzt aktuell sind es hier 1,50, die, äh, Standard, und, ähm, ja, einfach tun, und dann kommt es, und, ja, das ist jetzt hier die Ausgabe, geartet, typisch, die Seite öffnen, und das einfach befolgen, einfach so nebenbei zusätzlich, um da hier die entsprechende Bonusvergütung, die hier noch, ähm, ja, beschrieben sind, wo auf der Webseite welche Eberfläche sich befinden, und diese dann in dieser Zeit anzuklicken und, ja, das entsprechend davon profitieren.